Alright, wir machen die Waffe. Hol die Waffe bei Wilson ab. Wilson! Wer ist denn Wilson, Alter? Sag mal, wo bin ich denn hier hochgekommen? War hier nicht irgendwie was? Wie ist denn das eigentlich mit den Autos? Könnte man hier nicht irgendwie noch ein Auto bestellen? Weil zu Fuß bräuchte da nicht hingehen, Alter. Oh, ja, 100 Jahre. Wie kann man ein Auto rufen? Warte mal, hier geht das. Ist das mein Auto? Los geht's. Oh, Vorsicht, da ist Polizei. Die wollen mich umbringen. Das stimmt gar nicht. So, wir düsen da mal mit dem Auto hin. Das Auto hört sich so an, als wenn der richtig Gas geben würde, ne? Aber eigentlich gibt der gar keinen Gas. Halt! Halt! Stop! Wir müssen hier lang. Und ich soll hier irgendwie gleich, äh, irgendwie reinfahren. Und ich soll hier irgendwie gleich, äh, irgendwie reinfahren. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich da irgendwo hochfahren muss. Ja, das ist doch mein Haus hier, oder? Fahrzeugkampf. Äh, nee, ich will nicht Fahrzeugkampf, ich will aussteigen. So. Gut. Dann mal hoch, da. Wo muss sie hin? Keine Ahnung. Er zeigt mir auch an, dass ich weiter nach Rom muss, ne? So, guck mal, jetzt ist der Weg schon mal da. Bruder. Ne, immer noch nicht. So. Hallo. Lass mal dein Angebot sehen. So, und eine ist jetzt für mich kostenlos. Habe ich gehört. Welche ist denn kostenlos? Die hier? Ne. 60. Das ist doch nicht richtig, oder? Das ist doch nicht richtig, oder? Was ist denn hier los? Ich dachte, hier wäre irgendwas kostenlos für mich. Ich sehe hier gar nicht, dass hier irgendwas kostenlos ist, Freunde. Kannst du dir zum Geburtstag abholen, stand da. Was kann man da machen? Preis. Preis! Absteigend. Ne, aufsteigen brauche ich, oder? Mach mal aufsteigen. Da müsstest du das günstigste kaufen. Ist es das? Aber das kostet 4.900. Das kann ja nicht sein. Habe ich es gekauft? Du hast nicht genügend. Hä? Bin ich falsch? Hol die Waffe bei Wilson ab. Die Waffe heißt das. Bruder, bist du Wilson, oder wer bist du? Vielleicht ist das gar nicht Wilson. Aber das ist Wilson, Alter. Was geht hier ab? Oh. Ist irgendwie Halligalli gewesen. Wilson, gib mir meine Waffe, Bruder. Ich will meine Waffe. Scan. Ich vergesse mal wieder zu scannen, ne? Guck mal, hier ist Munition. Wieso ist denn da Munition? Ist das meine Waffe hier? Da kann man auch irgendwas machen. Wilson. Robert Wilson. Zivilist. Und da steht, hol mal deine Waffe ab, Alter. Welche Waffe soll ich denn abholen? Ansonsten kaufe ich jetzt irgendwas günstiges hier. Ich habe 400. Was ist das? Ich checke es nicht, Alter. Wo ist denn meine... Was ist denn das hier? Leichtes Maschinengewehr. Okay, Freunde. Ich checke es nicht. Deswegen kaufe ich jetzt einfach mal das Ding hier. Du hast nicht genügend Geld. Hä? Ich habe doch 400. Das kostet... Achso, das sind die Schuss. Okay, da steht der Preis. Ich habe falsch geguckt. 4000. Alter, sind die blöd oder was? Ich denke, ich kriege hier was kostenlos. Ah, hier ist sie. Upgrade von ikonischen Waffen. Du hast soeben eine ikonische Waffe erhalten. Ikonische Waffen haben einzigartige Fähigkeiten, können dafür aber nicht mit Waffen-Mods verbessert werden. Mit den erforderlichen Komponenten kannst du ikonische Waffen auf eine höhere Kategorie upgraden, was ihre Kampfkraft deutlich erhöht. Dies kannst du im Tab Upgrades im Menü Herstellung tun. Du kannst ikonische Waffen überall in Night City finden. Manchmal erhältst du welche von einem Freund oder erbeutest sie von Gegnern. Gelegentlich findest du sie auch einfach auf dem Boden oder kannst sie bei Verkäufern kaufen. Manche kannst du aber auch selbst herstellen. Alter, das ist so umfangreich, dieses Spiel. So. Neues Item erhalten. Und Mission ist abgeschlossen, oder? Neues Item. Okay. Bin mir nicht sicher. Doch, sieht so aus. Mission abgeschlossen. Die Waffe. Alright. Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe.